ARD Text im Auftrag von Funk Ich hier Ich grüße dich. Ich sehe dich. Wie geht's dir? Geht's dir nicht gut heute? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich fett? Fit? Fit? Okay. Dann lass uns dich noch fetter machen. Die Übung, die ich heute für dich im Gepäck habe, ist eine echte Fett-Burner-Übung. Damit verbrennst du Muskeln und trainierst gleichzeitig Fett. Man sagt immer so schön, jeder Mensch hat ein Fettpäck. Nur es wird teilweise durch Muskeln verdeckt. So ist es bei uns alle. Und die Übung, die wir jetzt machen, die ich heute für dich im Gepäck habe, das ist eine echte Elefantverbrennungsmaschine. Eine echte Elefantverbrennungsübung, die dich richtig vorwärts bringt. Und genau diese Übung, die machen wir jetzt gemeinsam. Pass auf. Ich zeig sie dir. Es sind die sogenannten Wechselsprünge. Und die gehen richtig rein. Dein Herz-Kreislaufsystem wird so los nach oben geschossen, dass du teilweise acht bis acht Stunden lang noch den Effekt in deinem Körper spürst. Die kleinen Fett-Ress-Ress-Ress-Vampire sind hier unterwegs und fressen alles Fett weg, um danach den schlanken Bauch sichtbar zu machen. Okay? Wir gehen in die Hocke. Ich koche die Hocke. Du siehst es. Hier, du siehst es. Hier, du siehst es. Hier habe ich das linke Bein und den rechten Arm. Und du wechselst. Pass auf. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Patz. Patz. Patz, patz. For. Stopp, stopp, stopp. Was ganz wichtig ist für dich, mach es nicht wie ein Fat-Burner, sondern ganz weich wie ein Elefant, weil du dadurch eine intensivere Belastung in deine Muskulatur gibst. Lass es uns gleich nochmal probieren, gemeinsam. Du kommst aus der Hocke und jetzt ganz... Bist du eher am Anfang, mach 3x 15x15x15x20 Wiederholung, okay? Bist du eher fortgeschritten, machst du 2 Wiederholungen, okay? Wichtig ist, tu es, 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 denn du bist verantwortlich für deinen Körper und das, was du jeden Tag im Spiegel siehst, ist das Ergebnis deines Trainings, deiner Arbeit. Also, gib Gas. Saß. Saß. Fettburner. Verbrennungsmaschine. Fettburner. Verbrennungsmaschine. Deiner命. functions á. Bein. Verru. Bein. Verru. Faistburner. Verru. Untertitelung des ZDF, 2020